hallöchen und herzlich willkommen hier bei lego harry potter jahre 1 bis 4 mit mir tinkelwell und solli hallöchen ich begrüße euch recht herzlich ja grüß euch so wir machen jetzt level 3.5 und hier noch 3 charakter und 3 hauswappen ja ist mir zu stotterisch so freie spiel wollen wir rein zuckern und dann geht es los hier so süß und zuckrig ja ne urselig kurs des dementors in heckes garten ja ok ok dann gehst du links und ich rechts so da kommen wir uns ja habe ich schon So, merke ich schon. So. Uuuuh, jaa. Let's quacho. Ah, ich, warte mal... Ich muss hier jemanden... Warte mal, nee, ich muss das nicht... Ja, ist das gut... Ich muss aber den Topf reinmachen... Entschuldige. So... Topf reinmachen? Jaa, das meinst du nicht... Warte mal, äh... Kann ich hier irgendwas zerstören noch? Oder muss ich hier einfach nur einplanzen? Moment mal, ich muss nicht rüber. Ich hatte mal einen Grill. Äh, der kommt noch. Äh, ne, ich wiederhole dich ja auch so. Du musst dich hier und was reinmachen. Schießt du die mal wieder da raus, Schatz? Okay. Da sind Blume da. Ich muss doch topfen. Mama, du hast die da wieder reingestopfen. So, dankeschön. Ah ja, okay, alles klar. So, und jetzt du rein da. So. Jetzt kannst du auf dich schießen. Da drüben. Ah ja, alles klar. Dann kommen die Blume mit den Händen raus. Genau. Okidoki. Ja, alles klar. Es gibt Sinn, man kann sich nicht bewegen. Das ist geil. Oder zumindest nicht geil. So, siehst du, da ist der Griff. So. Haben wir hier alles? Äh, fast. Warte mal. Wie sind wir noch? Was denn? Äh. Wir haben doch alles hier. Nein, wir haben nicht alles. Ja, es wird nichts angezeigt, wenn mir etwas fehlt. Tja, aber müssen wir alles gut machen. Ja, das zählt jetzt nicht zu 100 Prozent. Oh, okay. Komm mal drauf. So. Ich wollte nur mal so sagen. Okay. Äh. Aber hier wird was an mir zeigen. Ah, das war doch das Level, wo hier irgendwas raus... Mhhh. Spacus. Ja, ich komme. Wenn ich nicht hinbleibe. Na, es ist nicht mehr. Ich verstehe mal, was ist das? Ja, das wäre sehr zuvorkommend. Hä? Hm. Ist doch nicht das Nester. Ne, ist doch gerade, glaube ich. Doch, da kommen sie raus. Ah, jetzt ja. Abs. Brauchte wohl eine Massivbehandlung. Ja. Ich wollte sie sich nicht treffen lassen. Ja, schon, aber... mehrmals. Äh. Gibt's nochmal getreten? Gibt's nochmal getreten? Gibt's nochmal getreten, okay. Gibt's nochmal getreten? Gibt's hier irgendwas? Einen Charakter sehe ich hier. Äh. Hier ist auch, äh... Niemalswaffe. Ach, tatsächlich. Das wird hier ein roter Pfeil an der Zeit. Ja. Und zwar da hinten. Ja. Hier. Hier. Ah, ist das Ding mit dem Plattenspieler? Tatsächlich. Ja. Wir haben ja damals scheiße gebaut. Wir haben ja zu früh die Platten eingelegt. Äh, ja. Diesmal halte ich mich an deinen Vorgaben. Ich mache gar nichts. Mein Vorgaben? Ich hab's ja falsch gemacht gehabt. So. Aber ich... Ich weiß ja jetzt, was gemacht werden muss. So. Ich lass mir die Regen fallen, dass ich da nach oben komme. Ja. Und die Fräschchen mal parken können. Vielleicht muss ja nach oben kommen, weil ich muss dann Platten wieder runterholen. Ja. Und die Fräschchen parken. Aber... Das Rennen haben wir schon gemacht, ne? Ja. Okay. Dann brauchen wir es ja nicht nochmal. Hab ich doch gemacht. Aber hier ist was zum Graben. Jo. Jetzt sag ich mal graben. Ich fang schon mal an. So. Mach ich auch. Ich lass das Ding denn mal runterholen. So. So. Ah. Hier ist noch eine Schallplatte. Ja. Aber die nicht einlegen. Nein. Nein. Das ist eine schwarze. Ja. Ja. Die schwarze müssen wir als erstes nicht reinlegen. So. Mal wieso. Na, sprichst du jetzt mal da richtig drauf? Dankeschön. So. Hier ist eine schwarze. Dann pack ich sie schon mal drauf. Ähm. Ich wollte gerade eine Charaktermarke holen. Ja. Könnt ihr gleich holen. So. Das war eine schwarze. Ich muss die andere schwarze reinlegen. Die ist da auf dem Loch. Ja. Ja. Hol mal die Charaktermarke. Hab ich. So. Professor. Blutbienen. Nein. Zurück. So. Danke. Oh. Oh. Alles offen. Ey. Really? Geh doch mal von der anderen Seite. Versuch's. Von der anderen Seite. Gott. Wo ist denn die Goldenen Platte? Äh. Dahinten auf dem See. Äh. Oder Insel. Was ist falsch? So. Das war jetzt die zweite. Da dürfte natürlich jetzt nichts passieren. Ey. Doch. Wir haben schon. Geil. Bein schwarzen haben gereicht. Oh. Super. Da werden die schwarzen ja nicht eingelegt gehabt. Nee. Wir hatten eine schwarze und eine goldene gemacht gehabt. Und das war's dann, ne? Ja. Und das darf ja nicht sein. Somit haben wir hier in die Schwarze und eine goldene gemacht gehabt. In dieser Abteilung auch schon alles. Super. So. Ich will jetzt hier raus. Ich will hier raus. Ich will hier raus. Du hast ein Wasser raus. Ja. Spring doch raus. Ah. Was mich lässt. Äh. Okay. Was willst du denn machen? Ich hab weiß ich nicht so genau. Nichts. Und was passiert hier nicht? Äh. Achso. Warte mal. Ich muss ja erstmal das hier. Genau. Okay. Dann. So. Okay. Da ist ja nur die Platte drin, ne? Ja. Aber die brauchen wir, um weiter zu kommen. So. Geh auf. So. Hab sie. Kommst du hier raus? Ohne Unfall zu bauen? Ich hoffe doch. Drück mir die Daumen. Ich geh nicht zu weit weg. Das will nicht so weit, dass ein neuer gezerrt wird. Das ist super. Okay. Okay. Wenn du verlierst, musst du sofort wieder drücken, damit du die aufnehmen kannst. Ja. Aber es sieht gut aus. Ja. Sicher. Ja. So. Geschafft. Ohne einmal so zu verlieren. Das ist geil. So. Was haben wir hier? Zwei Charakter-Marke. Okay. Zwei Charakter-Marke haben wir hier. Und alle irgendwo bauen. Ja. Die werden alle rechts angezeigt. Die müssen aufpassen bevor wir die Dementoren machen. Da muss irgendwas sein. Ähm. Hier ist ein gelber und ein weißer Pfeil bei mir. Wo ist ein gelber und ein weißer Pfeil? Bei mir hier. Ich sehe nur weiße Pfeile. Ach doch. Nee. Ja, ja. Ein Charakter-Teil sehe ich auch noch da. Äh. Nicht Charakter. Haushaft. Ähm. Wo bist denn du? In hinten. Äh. Ist das? Ja. Sieht aus wie Harry, ne? Äh. 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 Weil ich bin nämlich nicht. So. So. Äh. Cornelius. Äh. Uchiyama. So. Ähm. So. Warte mal. Wie kann man jetzt hier hoch? Wie war das? Äh. Warum bist du jetzt eigentlich hier auf meiner Seite? Weil die Sachen hier angezeigt werden. Hier wird sicherlich schwarze Magie gebraucht, oder? Wie wär's mal mit nachdenken? Weiß ich nicht. Ich muss erst mal sehen, wie wir da auch noch kommen. Könnte dem Leben weiterhelfen. Äh. Warte mal. Ich glaub, das müssen wir erst mal... Das... 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 Muss denn wieder hochkommen? Warte mal. Ja. Aber sie kommen nicht von dem Turm raus. Ne. Die sind da hinten. Die kommen von da hinten. Ja. Aber wenn man die Kugel freilässt, um den Turm zu machen, kommen die raus. Ja. Du musst ja nicht gleich machen. Ja. Du musst die Murmel da drüben nicht freilegen. Ja. Es stört aber den nicht. Verschieß. Oh. Warte mal. Kann die eine Brücke machen? Oh. Alter. Ja. Die nerven mich hier schon. Ich komme da nicht weiter. Nein. Da kann ich nichts machen. Da drüben. Aha. Toil. So. Okay. So. Okay. Ich müsste da hoch. Ja. Kannst du ja auch gleich. Davon kommt ja auch keine Treppe. Guck mal. Dann musst du was zusammenbauen. Ah. Siehst du? Du musst das nur nicht die Murmel freimachen. Ja. Dann geh ich schnell hier hoch. Okay. Okay. Ja. Schnell hier hoch. War mal gedacht. Aber ich komme nicht hoch. Äh. Dann ist mal wieder hier was zu machen. Ja. Warte. Da oben ist zwar irgendwas. Aber. Ich sag's nicht mehr. So. Warte. Ach Gott. Wir müssen hier zu zweit sein. So. Bitteschön. Merci. Äh. Du musst die verwandeln. Ne. Katze. Ah. So. Okay. Was sagst du denn? So. Geh nicht hier hin ohne vorbereitet zu sein. Okay. So. Was ist das denn? Magnier? Was? Was? Ja. Gut. Äh. Was auch immer. Aber wir haben alles. Genau. So. Jetzt muss ich ein paar Dementoren noch platt machen. So. Das wäre natürlich gar nicht eine Zerstörungstherberte. Das geht's ein bisschen besser. So. Mal halt hier als Wierli. So. Ich halt mal mit. Ich kann ja jetzt auch hören spielen. Ja. Stimmt. Das geht dann natürlich besser. Na. Komm her. Wo kommst du jetzt her? So. So. Kupi. Professor Lupin. Äh. Cornelius. Genau. Magnair. Magnair. Ja. Hausoppen. Eins. Zwei. Drei. Und vier. Sehr schön. Schillernot hatten wir ja sowas. 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 Ja. Dann haben wir das Level auch abgeschlossen. Ja. Schillernot. Und noch ein Level. Dann haben wir ja drei Auswendungen fertig. Ja. Drei. Meile. Danach machen wir dann erstmal die äh. Anderen. Kinder Level. Die Bonus Level. Genau. Die letzten fünf. Mhm. Dann brauchen wir die goldenen Steine. Yep. Goldene Steinchen. Goldene Steinchen. Ja. Soll der Schlesiereis komplett auf 100% sein. Ja. Soweit ich weiß kriegen wir diesen ähm. Scheiße. Namen vergessen. Na? Den einen Charakter äh. Erst wenn man 200 goldene Steine hat. Ja. Wer ist denn der? Ähm. Mann ey. Nö. Zum Beispiel mal. Böse Bösewicht. Ja toll. Das hätt ich auch sagen können. Ah. Mann. Der ist. Wer fällt mir noch ein? Ähm. Toll. Wollte mal. Ja. Genau. Den kriegt man erst wenn man 200 Steine hat. Ich weiß noch nicht wo man den kriegt. Den soll man noch so einen Tusti kriegen. Und einen Keller irgendwo. Ähm. Ja. Da waren wir schon unten. Ähm. Aber da ist nichts. Ja. Vielleicht wenn alles aufgebaut ist. Da soll man nicht löstern. Nein. Ne. War ja nicht beschrieben. Da soll man nicht löstern kaputt machen. Aber äh. Da sind erstens keine. Und. Ja. Hm. Da wird man nach oben geschossen dann. Und dann soll man so eine Tusti kriegen. Ich hab den Namen jetzt auch vergessen. So. Das muss immer noch rauskriegen. Sonst schaffe ich es ja nicht auf 100 Prozent. Ja. Das wären noch zwei Charaktermarken die noch fehlenden. Das wäre natürlich mega blöd. Ja. So. Äh. So. Das ist die zweite glaube ich. Ne. Das ist der Henker gewesen. Der ähm. Ähm. Fieser Vogel da. Schaden�ner töten sollte. Taneliius. Ok. Das waren jetzt alle drei. Ja. Okay. Ja. Sehr schön. Äh. Wieder drei dazu. Gut. Ja. Nice. 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 Super nice. Ok. Mm. Hmhm. Mö. Möö. Okidoki. Genau, würde ich auch mal so meinen. So, wir haben jetzt Level 3, 5. Beendet. Beendet und wir müssen dann 3, 6. Oh, 3, alle genannten. Viel an Gefahr fehlt noch, nur an alle 3 Charaktermarken und 2 Hausmappen. Der dunkle Turm. Ja, ich weiß, da kann man auch nicht hin, weil kein dunkler Zauber und so und so. Aber den haben wir jetzt, Gott sei Dank, also können wir es auch erledigen. Alles Geli, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir hier das Jahr 3 zu 100% abschließen und unten die Statue aufbauen. Genau, darauf freue ich mich schon. Diesmal bist du mit dem aufbauen. Ja. Ja. Super. Alles klar. Und das Leiden bitte nicht vergessen, wir würden uns darüber riesig freuen. Alles klar. Ja, in Deutsch wäre das natürlich ganz geil. Tschüss. Jo, tschüss ihr seid und tinkerbell. Bye, bye. Und Sali. Bye.